Marietta Slomka hat eine interessante These zur Kriminalität von Ausländern, zum hohen Anteil von Ausländern an der Kriminalität. Sie sagt nämlich, ja, Gewalttaten von Deutschen würden nicht so oft angezeigt. Ja, das kann sie nicht belegen natürlich, aber es ist so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl bei ihr. Und dann wird es schon so sein, nicht wahr?